Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute traden wir wieder mal und zwar traden wir heute mit Stadien in FIFA 18 und für mehr Trading Tipps lasst gerne den Daumen nach oben da und ich werde euch heute mal die Methode erklären und zwar müsst ihr beim Filter bei Startpreis 2200 oder so eingeben und dann sucht ihr euch da einfach gute Stadien raus wie zum Beispiel das Santiago Bernabeu oder die Allianz Arena und dann müsst ihr diese Stadien euch raussuchen und dann eben auf den Preisvergleich gehen und dann auf die Stadien bieten und Leute ihr könnt da sowas von Easy Coins machen das könnt ihr mir echt glauben denn das ist halt einfach so dass auf Stadien fast keiner bietet ja jeder hat ein Stadion sich einmal gekauft oder so und dann schaut halt keiner mehr drauf und wenn man sich ein Stadion holt dann will man auch nicht warten bis man es erboten hat sondern nimmt es sich eigentlich meistens per Sofortkaufpreis einfach mit deswegen ist es oft so dass Stadien billig erboten werden können und man die dann eben gut teurer verkaufen kann und ihr seht hier zum Beispiel mit dem Old Trafford geht das auch ganz gut also diese Trading Methode funktioniert eigentlich mit jedem Stadion welches ein bisschen teurer ist und auf die bietet ihr ganz oft also so richtiges Massenbieten und ihr seht dann schon 6 Stück oder so bekommt ihr dann also ihr müsst halt schon wirklich ein bisschen auf ein paar Stadien bieten und ich habe hier in dem Fall jetzt eben 6 Stück bekommen das Santiago Bernabeu hier ganz ganz günstig bekommen und mal schauen für wie viele Coins wir das jetzt genau reinstellen für 200 bekommen für 600 Münzen verkauft mega mega nice die Allianz Arena habe ich auch ziemlich günstig bekommen wieder für 200 Coins stelle ich wieder für 400 Münzen mehr rein also ich verdreifache meine Coins in diesem Fall dann haben wir das Wembley bekommen für 150 das habe ich für 400 Münzen reingestellt ist auch eine richtig richtig schöne Sache ein richtig guter Gewinn dann hier nochmal das Old Trafford für 150 können wir für 500 verkaufen ihr könntet in der Theorie diese ganzen Stadien noch doppelt so teuer verkaufen da müsstet ihr aber ziemlich lange warten bis sie sich dann im Endeffekt wirklich verkaufen deswegen ja habe ich da sozusagen die Geduld nicht ganz gehabt und hier seht ihr dann nochmal das wir sie dann reingestellt haben und ich muss direkt sagen die Allianz Arena die habe ich verkauft habe sie aber unabsichtlich mal gelöscht das war glaube ich eh sogar auch während einem Stream und deswegen haben wir jetzt hier eben nur 5 Verkäufe und die haben wir halt alle wirklich für den Preis wegbekommen für den wir sie reingestellt haben und ja Freunde das ist an sich die Training Methode eine richtig kurze knackige Training Methode für zwischendurch also mit Stadien können wir Gewinn machen können auch mit Trikots und Wappen Gewinn machen falls ihr dazu auch ein Video sehen wollt dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann war es dann sicher auch schon wieder von meiner Seite mich würde es freuen wenn ihr natürlich einen Daumen nach oben auf dieses Video gebt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder vergesst nicht Leute habt immer High Hopes und Ciao Ciao Willkommen aufbauen Sch operativ